Mit aktiven Vertrauensleuten die Zukunft gestalten, das ist das Motto der Vertrauensleute-Konferenz 2018 in Braunschweig. 1500 Teilnehmer sind gekommen, um über die gewerkschaftlichen Zukunftsthemen zu reden. Eine tolle Veranstaltung, auch in einer Zeit, wo es absolut notwendig ist, diese Veranstaltung durchzuführen. Die Zeit der Verteilung, der großen Verteilung in der Tarifpolitik und an den Arbeitsplätzen geht ein wenig zu Ende und die Aufgaben der Vertrauensleute und Betriebsräte werden schwieriger. Deswegen ist es so wichtig, auch alle hier zusammenzuholen und auf einen Nenner zu bringen und Abstimmungen zu machen. Und insbesondere, das will ich auch sagen, in einer Zeit vor einem Gewerkschaftstag. Ich freue mich, dass so viele Vertrauensfrauen und Männer hier sind und dass wir eine spannende Veranstaltung hier in Braunschweig machen dürfen und konnten. Kolleginnen und Kollegen, Vertrauensleute-Konferenz in Braunschweig. Alle Vertrauensleute der Volkswagen AG treffen sich hier. Finde ich eine super Veranstaltung. Ich war selber achteinhalb Jahre Vertrauenskörperleiter. Ich sage nochmal ganz klar, das wichtigste Bindeglied zwischen Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall sind die Vertrauensleute. Und deswegen nehme ich mir auch immer die Zeit, mit den Kolleginnen und Kollegen heute zu diskutieren. Also, ich glaube, super Veranstaltung und wir werden heute auch wieder eine Top-Stimmung haben. Schönen Dank. Die Vertrauensstunde-Konferenz hier in Braunschweig von Volkswagen ist absolut wichtig. Sie fördert nicht nur den Zusammenhalt der Standorte untereinander, sondern sie schürt auch das Verständnis erstmal. Und des Weiteren ist es wichtig, die politischen Themen, die im Moment in der Gesellschaft sich widerspiegeln, anzugreifen und da auch Gemeinschaften zu schaffen. Vor allen Dingen auch Netzwerke. Es ist wichtig zu sagen, wir sind bunt, wir sind tolerant, wir haben Vielfalt, wir haben Menschlichkeit und wir müssen dem der braunen Brut absolut entgegentreten. Und deshalb ist es wichtig, uns hier zusammen zu tun und diese Konferenz abzuhalten. Kollegen aus Emmen, gerade mal melden, wo seid ihr eigentlich? Als nächstes kommt der Standort Hannover, wo seid ihr? Mit fast der weitesten Anreise aus Zwickau, mit über 320 Kilometern. Jan, schön, dass du da bist, du hast das Wort. Damals unter der Regie und des Eigentums der Familie Kahrmann, die Nadine Linker begrüßen, vom Standort Braunschweig Financial Services und Frau Wehmann, Nadine, du hast das Wort, bitteschön. Wo seid ihr, die Chemnitzer? Hinten Salzgitter, wo seid ihr? Super. Und in dem Sinne ist auch klar, dass jetzt Auge nochmal das Wort hat. Auge, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich die Grüße der Vertrauensleute aus dem kleinsten automobilbauenden Standort von Volkswagen überbringen darf, aus Dresden. Freue ich mich jetzt total, dass ich auf einer Braunschweiger Bühne nochmal den Braunschweiger Standort ankündigen darf. Marc, schön, dass du da bist in unserer Runde. Aus Kassel, alle Kolleginnen und Kollegen, wo seid ihr? Sie haben sich in die erste Reihe gefüllt. Herzlich willkommen. Möchte ich jetzt ganz herzlich aus der Runde den Frank Petzold, Vertrauenskörperleiter des Standortes Wolfsburg begrüßen. Frank, schön, dass du da bist. Viertel. Viertel. Vier Other Vier們 Vier Untertitelung des ZDF, 2020